Die Notwendigkeit von Wasser für das Leben ist für alle Bewohner unseres Planeten selbstverständlich. Wo auch immer flüssiges Wasser fließt, ist Leben möglich und daher sind Kosmologen auf einer niemals endenden Suche nach Wasserwelten, die der Erde ähneln. Vom menschlichen Körper wird gesagt, dass er vor allem aus Wasser bestehe und Wasser ist natürlich lebenswichtig für das Funktionieren des Körpers. Innerhalb der Gemeinschaft des elektrischen Universums sind die elektrischen Eigenschaften und ihre Beziehung zur Struktur von Wasser ein Thema großen Interesses in der wachsenden Forschung. Auf vergangenen Meetings des Thunderbolts Project hat Dr. Gerhard Pollack seine These zu strukturiertem Wasser vorgestellt und die offenkundige Beziehung zwischen der elektrischen Ladung des Wassers, seiner intermolekularen Struktur und der sie umgebenden Umwelt. Pollack hat etwas vorgeschlagen, was er als Easy Water beschreibt, eine Exklusionszone von Wasser, das negative Ladung hat. Ein neuer wissenschaftlicher Artikel könnte dieser Feststellung Glaubwürdigkeit verleihen und falls valide, könnte das Auswirkungen bis weit über die Erd- und Lebenswissenschaften hinaus haben, die gesamte Kosmologie beeinflussen. In dieser Folge führt der Physiker Yevgeny Bagashov die Thunderbolts-Zuhörerschaft in die kontroverse Forschung ein und beginnt, die wichtigen Fragen, die der Artikel stellen könnte, darzustellen. Ich würde gerne einen kürzlich erschienenen Artikel diskutieren, der vor wenigen Monaten im World Journal of Applied Physics publiziert wurde. Um ehrlich zu sein, als ich ihn zuerst las, war ich ziemlich geschockt, da ich glaube, dass er Aussagen enthält, die eine ganze Reihe von sehr wichtigen Konsequenzen haben könnten, sowohl für Physik einschließlich Astrophysik, ebenso wie für Chemie und Biologie und vielleicht auch andere Zweige der Wissenschaft. Nun, bevor ich beginne, über den Artikel selbst zu sprechen, sollte ich noch bemerken, dass das Journal, wo der Artikel veröffentlicht wurde, nur wenige Jahre alt ist und es sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus, zumindest nicht in meinen Augen. Natürlich befürworte ich im Allgemeinen mehr akademische Freiheit und sicherlich bedeutet das nicht, dass das ein schlechtes Journal ist, weil es neu ist, aber ich habe den Text des Artikels sorgfältig gelesen und es gibt ein paar Hinweise hier und da, die auf einen bestimmten Mangel an der Durchsicht hinweisen könnten. Nur als ein Beispiel, da ist in dem letzten Abschnitt des Artikels, in dem der Autor sehr wichtige Ergebnisse liefert, eine Gruppe von, Zitat, Wissenschaftlern aus Israel, aber er gibt nie eine wirkliche Referenz auf ihre Arbeit, um seine Worte zu verifizieren. Und es scheint so, als habe dieser Autor seine Forschung allein ausgeführt. Also im Allgemeinen würde ich zu einer sehr sorgfältigen und skeptischen Annäherung an die Ergebnisse, die in diesem Artikel berichtet werden, raten, besonders wegen der bereits erwähnten möglichen Bedeutung. Nun, da ich bereits meine generellen Bedenken erwähnt habe, fahre ich ab jetzt mit der Beschreibung der Ergebnisse fort, die der Autor liefert, nehme sie einfach für bare Münze. Und danach werde ich meine eigene Sicht der möglichen Konsequenzen dieser Ergebnisse geben, erneut in der Annahme, dass sie authentisch sind. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Eigenschaften von elektrisch geladenem Wasser. So hat der Autor im Grunde eine Reihe verschiedener Experimente ausgeführt, die das Verhalten von ungeladenem mit dem von positiv oder negativ geladenem Wasser vergleichen. Ungeladenes Wasser wurde in geschlossenen Aluminiumbehältern gespeichert und um es positiv aufzuladen, behandelte der Autor es entweder mit gasförmigem Sauerstoff oder filterte es durch Kieselgel. Der Sauerstoff sollte einige der Elektronen des Wassers absorbieren und das Kieselgel absorbiert Hydroxylionen und hinterlässt so Wasser mit einem Überschuss an positiver Ladung. Negativ geladenes Wasser erhielt er, indem er entweder ungeladenes Wasser mit gasförmigem Wasserstoff behandelte oder es durch Aktivkohle filtert. Der Wasserstoff sollte dem Wasser zusätzliche Elektronen liefern und Kohlenstoff die Wasserstoffionen daraus absorbieren und dadurch das Wasser mit einem Überschuss an negativer Ladung zurücklassen. Durch Änderung der Intensität oder Dauer jedes dieser Prozesse war der Forscher in der Lage, das daraus resultierende elektrische Potenzial des Wassers zu steuern. Nun lassen Sie uns auf die berichteten Funde sehen. Das erste Ergebnis, das der Autor vermeldet, ist eine bedeutende Änderung im ultravioletten Absorptionsspektrum des geladenen Wassers. Man kann sehen, dass geladenes Wasser viel mehr UV-Licht absorbiert als ungeladenes und das Spektrum selbst hängt im starkem Umfang vom Vorzeichen der Ladung ab. Insbesondere positiv geladenes Wasser zeigt einen scharfen Gipfel mit einem in den Kurzwellenbereich verschobenen Maximum und das negativ geladene zeigt einen flacheren Gipfel, der leicht in den Bereich der Langwellen verschoben ist. Es ist interessant, dass der Artikel auch UV-Absorptionsspektren von DNA-Lösungen in positiv und negativ geladenem Wasser enthält, die sich auch unterscheiden. Das zweite Ergebnis ist eine Veränderung im mechanischen Verhalten von geladenem Wasser, namentlich, wenn es aus einem engen Spalt fließt, dann rotiert der positiv geladene Strom von Wasser gegen den Uhrzeigersinn und der Strom des negativ geladenen Wassers rotiert im Uhrzeigersinn. Der Autor erwähnt auch, dass Lösungen von oberflächenaktiven Substanzen ein ähnliches Verhalten zeigen wie positiv geladenes Wasser, sowohl in ihren UV-Absorptionsspektren als auch in ihrer Flussdynamik. Und die Lösungen von oberflächeninaktiven Substanzen verhalten sich wie negativ geladenes Wasser. Es scheint so, als würden die Lösungen selbst verschiedene Ladungen erwerben, in Abhängigkeit von der Wechselwirkung der mit dem Wasser aufgelösten Substanz. Das ist zumindest, was der Autor vorschlägt. Das dritte Ergebnis ist ein unterschiedliches Verhalten der Lösungen, das durch die Nutzung von Wasser mit unterschiedlichem elektrischen Potenzial erstellt wurde. Insbesondere die Verdampfung von Salzlösungen führt zur Entstehung von verschiedenen Formen von Kristallen und hängt von der Ladung des Wassers ab. Ein Beispiel ist die Verdampfung einer positiv geladenen Lösung, welche zur Entstehung von großen Kristallwürfeln aus Monokaliumphosphat führte, während das negativ geladene Wasser verdampfte und dünne, nadelartige Kristalle der gleichen Substanz hinterließ. Der Autor zeigt auch, dass sich das Kupferpuder in Wasser mit positiver Ladung und negativer Ladung unterschiedlich verhält. In dem negativ geladenen Wasser formt es typische dendritische Lichtenbergmuster am Boden eines Behälters, während es im positiv geladenen Wasser etwas träger bleibt. Das vierte Ergebnis ist eine bedeutende Veränderung der Oberflächenspannung des geladenen Wassers. Der Autor zeigt, dass das negativ geladene Wasser eine viel geringere Oberflächenspannung hat als positiv geladenes Wasser. Ich erinnere Sie daran, dass Oberflächenspannung ein Parameter ist, der bestimmt, wie schwer es ist, die Flüssigkeit sozusagen auszubreiten. So werden Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung mehr dazu tendieren, zusammenzuklumpen, wie man sagen könnte, sich in isolierten Tröpfchen zu konzentrieren und daher eine geringere Oberfläche zu haben, während Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung sich leichter ausbreiten können und ihre Tröpfchen werden sich wahrscheinlich in einem Kontinuum ansammeln. So tendiert das positiv geladene Wasser, da es eine höhere Oberflächenspannung hat, mehr zur Verklumpung, während das negativ geladene Wasser mit geringerer Oberflächenspannung dazu tendiert, sich auszubreiten. Der Autor zeigt, dass in einer Petrischale, wo das negativ geladene Wasser den Boden völlig bedeckt und sich über die gesamte Fläche ausbreitet, während das positiv geladene Wasser sich in isolierten Tröpfchen konzentriert. Ein weiteres Experiment, um diese Änderung der Oberflächenspannung zu demonstrieren, wird mit einem Stärkepulver ausgeführt. Wenn es auf dem negativ geladenen Wasser in der Schale abgelagert wird, dann bedeckt es in weniger als zwei Sekunden die gesamte Oberfläche und ist daher in der Lage, darauf zu schwimmen. Doch wenn es auf dem positiv geladenen Wasser abgelagert wird, dann sammelt es sich an der Ablagerungsstelle und versinkt deshalb schnell. Der Autor führt auch ein ziemlich atemberaubendes Experiment aus, wobei er zeigt, dass Stahlnadeln, wenn er sie auf der Oberfläche von negativ geladenem Wasser platziert, sofort sinken. Doch an der Oberfläche von positiv geladenem Wasser können sie bis zu zwölf Stunden schwimmen. Er erwähnt auch, dass der gleiche Effekt mit ungeladenem Wasser und geladenen Nadeln erreicht werden kann. In diesem Fall wird eine negativ geladene Nadel sinken und die positiv geladene Nadel wird es nicht, zumindest nicht eine Zeit lang. Das fünfte Ergebnis ist die Veränderung der Fähigkeit des Wassers, Polymere zu hydratisieren. Insbesondere positiv geladenes Wasser hydratisiert Polymere biologischen Ursprungs schneller als das negativ geladene. Um das zu demonstrieren, tat der Autor etwas Stärkepulver in zwei Flaschen, eine mit positiv geladenem Wasser und die andere mit negativ geladenem Wasser. Nach einer halben Stunde bei Raumtemperatur quillt die Stärke in der Flasche mit positiv geladenem Wasser, aber sie quillt nicht in der Flasche mit negativ geladenem Wasser. Der Autor bemerkt auch, dass die Flaschen selbst aus Polymer hergestellt waren, speziell Polyethylen, und es scheint, dass das positiv geladene Wasser es einfacher durchdringen kann als das negativ geladene oder ungeladene Wasser, weil er bemerkte, dass das positiv geladene Wasser in der Lage war, teilweise zu verdampfen, sogar aus der verschlossenen Flasche. Und das sechste Ergebnis, das der Autor beschreibt, ist die Veränderung der Gefriertemperatur von Wasser in Abhängigkeit von seiner Ladung. Hier führte er keine Experimente durch, sondern beschreibt Ergebnisse anderer Leute. Erinnert sei an die Bemerkung, die ich über die Wissenschaftler aus Israel machte. Es ist wohl bekannt, dass völlig reines, ungeladenes Wasser bei sehr niedrigen Temperaturen von minus 42 Grad oder sogar minus 48 Grad flüssig bleiben kann als sogenanntes supergekühltes Wasser. Es verwandelt sich nicht in Eis, weil es keine Zentren für Kristallisation in sich hat, welche gewöhnlicherweise durch verschiedene Verunreinigungen repräsentiert werden. Deshalb können die Eiskristalle in reinem Wasser keinen Anfangspunkt für Erwachstum finden. Der Autor fügt hinzu, dass die Verunreinigungen immer geladen sein müssen, entweder ursprünglich oder wegen ihrer Wechselwirkungen mit dem Wasser selbst. So scheint das Fehlen dieser Ladungen in dem Wasservolumen seine Fähigkeit zu kristallisieren, zu reduzieren, was bedeutet, dass es ertragreich sein könnte, in erster Linie das Gefrieren von geladenem Wasser zu erforschen. Die Forscher, die der Autor erwähnt, untersuchten den Gefriervorgang von Wassertröpfchen, die sich an Oberflächen mit unterschiedlicher elektrischer Ladung ablagerten. Und sie haben angeblich entdeckt, dass das ungeladene, reine Wasser bei einer Temperatur von minus 12,5 Grad Celsius gefror, während das negativ geladene Wasser bei einer niedrigeren Temperatur von minus 18 Grad Celsius gefror und positiv geladenes Wasser bei der höheren Temperatur von nur minus 7 Grad Celsius gefror. Der Autor geht sogar so weit zu sagen, dass die Ladung die Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ändern könnte. Um all diese Ergebnisse zusammenzufassen, der Artikel stellt fest, die elektrische Ladung von Wasser beeinflusst 1. sein ultraviolettes Absorptionsspektrum, 2. sein mechanisches Verhalten, namentlich die Richtung der Rotation des Flusses, 3. das Verhalten von Wasserlösungen, 4. seine Oberflächenspannung, 5. seine Wechselwirkung mit Polymeren, namentlich die Fähigkeit, sie zu hydratisieren und sie zu durchdringen, und 6. seine Gefriertemperatur. Zusammenfassend schlägt der Autor vor, dass die Ladung von Wasser tatsächlich seine innere Struktur verändert, welche wiederum die beobachteten Unterschiede bestimmt. Ich würde gerne anmerken, dass, obwohl ich über einige Feststellungen, die in diesem Artikel gemacht wurden, bestimmte Zweifel hege, das Gute an all dem ist, dass es ziemlich leicht experimentell verifiziert oder falsifiziert werden kann, und ich definitiv hoffe, mehr solche Forschung in diesem Gebiet in den kommenden Monaten oder Jahren zu sehen. Sogar wenn der Autor im Irrtum wäre, würden wir das früh genug wissen. In unserer nächsten Folge wird Yevgeny eine umfassende, zum Nachdenken anregende Analyse der weitreichenden Auswirkungen dieses theoretischen Weges vornehmen, einschließlich seiner Bedeutung für Produktion und Industrie, für die Biologie und für alle Raumfahrtwissenschaften, was vielleicht völlig neue Versuche erfordert, um unser Universum zu verstehen. Willkommen zu den Space News aus dem elektrischen Universum, bereitgestellt von The Thunderbolts Project unter thunderbolts.info In der vorhergehenden Folge führte uns der Physiker Yevgeny Bagashov in potenziell bahnbrechende wissenschaftliche Forschung über den Einfluss elektrischer Ladung auf die Eigenschaften und das Verhalten von Wasser ein. Der Link zu dieser Präsentation kann in der Informationsbox zu diesem Video gefunden werden. Heute bietet Yevgeny eine umfassende, zum Nachdenken anregende Analyse über die möglichen gewaltigen Konsequenzen dieser Forschung in unserem elektrischen Universum an. So, lassen Sie uns jetzt die zuvor beschriebenen Ergebnisse des Artikels diskutieren und ihre mögliche Bedeutung. Ich werde mir hier einige meine eigenen Hypothesen und die Ideen vorstellen und da ich mit den Ergebnissen begann, denen gegenüber ich den Zuhörern riet, skeptisch zu sein, zumindest solange sie nicht unabhängig verifiziert wurden, sollte ich nunmehr den Zuhörern raten, doppelt skeptisch zu sein. Nun, wenn wir über das Spektrum von Wasser reden, dann wäre es eher interessant zu sehen, wie es sich über den Bereich aller Wellenlängen ändert und nicht nur in Ultraviolett. Vielleicht wird die Absorption von elektromagnetischen Wellen im sichtbaren Bereich und vielleicht auch Infrarot, Mikrowellen- und Radiowellenbereich auch durch die Ladung von Wasser beeinflusst. Das herauszufinden wäre sehr interessant. Nun, da ich es erwähne, würde ich gerne an die Arbeit von Gerald Pollack erinnern, der auf einigen Thunderbolts-Konferenzen Sprecher war. So hat er entdeckt, dass das, was er als Easy Water bezeichnet, eine negativ geladene strukturierte Wasserphase, die nahe Hydrophüler Oberflächen erscheint, unter dem Einfluss von infraroter Strahlung entsteht. So sehen wir hier erneut ein bestimmtes Zusammenspiel zwischen der Ladung von Wasser, seiner intermolekularen Struktur und der es umgebenden Strahlung. Das könnte darauf hinweisen, dass der Vorschlag des Autors des Artikels, den wir diskutieren, korrekt ist. Ich meine damit, dass der Vorschlag, dass die Ladung von Wasser seine Struktur beeinflusst und dass das wiederum viele andere Eigenschaften seines Verhaltens er verändert. Und zur gleichen Zeit könnte das darauf hinweisen, dass es zumindest im infraroten Bereich einige Veränderungen geben könnte, die von der Ladung von Wasser abhängen. Wenn wir über größere Wellenlängen sprechen, dann muss ich auch an die Arbeit von Pierre-Marie Robert Teil erinnern, der ein weiterer Sprecher auf der Thunderbolts-Konferenzen im vergangenen Jahren war. Seine Arbeit deutet darauf hin, dass das, was heute als die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung bekannt ist, in Wirklichkeit die Emission der irdischen Ozeane sein könnte und nicht vom Universum selbst. Im Lichte dieses Artikels frage ich mich, wie groß die Rolle der elektrischen Ladung der Erdoberfläche sein könnte und die des elektrischen Feldes in der Erdatmosphäre und welche Rolle sie in diesem Prozess spielen, wenn Robitaille recht hat. Wenn das elektrische Potenzial der Ozeane der Erde diese Hintergrundstrahlung durch Änderungen im Spektrum des Wassers beeinflussen wurde, dann könnte die Veränderung dieses Potenzials, zum Beispiel aufgrund von Änderungen im Magnetfeld der Erde oder aufgrund einiger Veränderungen im Weltraumwetter, auch das Hintergrund-Mikrowellen-Signal verändern. Das wäre ein ziemlich starker Beweis dafür, dass Robitaille recht hat und würde den sicheren Tod für die Urknall-Kosmologie bedeuten, zumindest so, wie wir es heute kennen. Dann wiederum, wenn das Spektrum von Wasser eng mit seinem elektrischen Potenzial verbunden ist, dann liefert das unerwartet einen anderen Mechanismus zur Monulation von Wasser und Klima durch das Weltraumwetter. Sonnenaktivität und kosmischer Strahlungsfluss beeinflussen sowohl die Potenzialdifferenz zwischen Oberfläche und Junosphäre als auch die vertikale Stromdichte in der Atmosphäre, was zu Veränderungen in der spektralen Reaktion von Wolken- und Wasserdampf führen könnte, was wiederum das Albedo des Planeten modulieren könnte und den Wärmeeintrag von unserem Stern verändern. Es wäre interessant, wirklich zu sehen, wie sich zum Beispiel das Verhalten von Wasser mit der Höhe verändert, das ein sehr starkes elektrisches Feld in der Atmosphäre gibt, etwa 100 Volt Potenzialdifferenz pro Meter über dem Boden. Wenn zum Beispiel Wasserdampf aufsteigt, sollte er in Gebiete mit viel positiver elektrischem Potenzial eintreten und sich technisch wie negativ geladener Dampf bezüglich dieser neuen Umgebung verhalten. Ich frage mich, wie viel von der Atmosphärenphysik sich ändern könnte, wenn das der Fall ist, aber unsere Strommodelle berücksichtigen das nicht. Eine weitere Sache, die vielleicht durch die Veränderung der Wassereigenschaften durch elektrische Ladungen beeinflusst werden könnte, ist die seismische Aktivität. Wenn man die Überfülle an Wasser im Erdmantel berücksichtigt, zumindest mit unserem gegenwärtigen Verständnis desselben und zum Beispiel den Fakt, dass Wasserdampf der Hauptbestandteil vulkanischer Eruptionen ist, dann sollte dort offensichtlich eine elektromagnetische Aktivität unter der Erdoberfläche sein, schon einfach aufgrund der Änderungen in unserem Magnetfeld oder wegen der Wechselwirkungen von Magmaflüssen mit dem Magnetfeld oder während der vom Weltraumwetter verursachten Veränderungen im ionosphärischen Potenzial und so weiter. Und diese Aktivität könnte die mechanischen Eigenschaften von Wasser in der Kruste oder unter ihr verändern, was potenziell zu plötzlichen Deformationen führt, die wir als Erdbeben wahrnehmen. Das ist ein weiterer möglicher Weg für Weltraumwetter, um die seismische Aktivität zu beeinflussen. Zur Fortsetzung des atmosphärischen Themas. Das zweite Ergebnis ist sehr interessant im Lichte einer Theorie von Pavel Mantaschian zur Bildung von atmosphärischen Strukturen. Ich habe diese Theorie im Detail auf Ben und Kat Davidsons Observing the Frontier Konferenz 2017 beschrieben und das Video mit meinem Vortrag kann auf YouTube angesehen werden. Kurz und gut, die Theorie besagt, dass die Rotation von Zyklonen und Antizyklonen, das sind Tief- und Hochdruckzellen in der Atmosphäre, durch die Wechselwirkung von geladenen Teilchen und Wassermolekülen in der Erdatmosphäre mit dem Erdmagnetfeld verursacht wird. So schlug der Autor des Artikels, den wir jetzt diskutieren, auch die Rotation des Stroms von geladenem Wasser vor, verursacht durch die gleichen Kräfte, die Mantichian in seiner Theorie vorschlug, nämlich die Lorenzkraft. Das würde die gegenläufige Richtung der Rotation der Wasserströme durch die entgegengesetzte Ladung erklären. Der Autor erwähnt auch, dass die Experimente auf der nördlichen Halbkugel ausgeführt wurden und auf der südlichen Halbkugel sollte die Richtung der Drehung der Ströme von positiv oder negativ geladenem Wasser sich umkehren, wegen der umgekehrten Richtung des Magnetfelds des Planeten, weil die Magnetfeldlinien die Oberfläche auf der Südhalbkugel verlassen und in die Oberfläche auf der Nordhalbkugel eintreten, was wiederum die Erklärung für die gegenläufige Rotation von Zyklonen und Antizyklonen auf verschiedenen Halbkugeln in Mantachians Theorie ist. Meiner Meinung nach ist solch ein Verhalten von geladenem Wasser ein weiterer Indikator dafür, dass diese Theorie korrekt ist und das planetare Magnetfeld eine entscheidende Rolle bei der Bildung atmosphärischer Strukturen und Wettermuster auf der Erde spielt. Und ganz nebenbei, nicht nur auf der Erde, die gleiche Theorie erklärt auch, warum atmosphärische Tiefdruckzellen auf Jupiter und Neptun, wie zum Beispiel der große rote Fleck, so rotieren, wie Hochdruckzellen auf der Erde rotieren würden. Es ist einfach so, weil die Magnetfelder von Jupiter und Neptun und auch Saturn, bezogen auf unsere, eine umgekehrte Polarität haben. Die Veränderung im Verhalten der Wasserlösungen und in der Oberflächenspannung von Wasser mit seiner Ladung hat offensichtlich gewaltige Konsequenzen für verschiedene Bereiche der Produktion und Technologie, ist aber vielleicht noch wichtiger für die Biologie. Es ist zum Beispiel bekannt, dass die Zellmembran wie ein elektrischer Kondensator agiert, der einen Potentialunterschied von etwa 100 Millivolt zwischen seinen Innen- und Außenseiten hat. Ich muss ja erwähnen, dass die Potentiale von Wasser in Experimenten, die der Auto ausführte, von derselben Größenordnung waren, etwa 500 Millivolt. Also wenn sich die Eigenschaften von Wasser in der Zelle und zwischen den Zellen wegen dieses elektrischen Potentials ändern, dann eröffnet das uns eine ziemlich neue Perspektive auf die Rolle dieses Membranpotentials. Potenziell ist das ein sehr fruchtbares Gebiet für neue Entdeckungen. Vielleicht ist es sogar einer der Schlüssel, um das Leben selbst zu verstehen. Nur als ein Beispiel. Kürzlich behauptete eine Gruppe von Forschern, ein neues Organ, genannt Interstitium, im menschlichen Körper entdeckt zu haben, im Grunde ein Netzwerk von Proteinfilamenten, die sehr wahrscheinlich alle Teile des Körpers verbinden. Vielleicht ist dieses Organ zum Beispiel wirklich verantwortlich für die Übertragung von elektrischen Signalen zwischen verschiedenem Gewebe, was Veränderungen im Verhalten von Wasser und seinen entsprechenden chemischen Prozessen und so weiter bewirkt. Es könnte sogar verantwortlich sein für die richtige Unterscheidung zwischen neuen Zellen. Wir haben diese Idee bei einem der kürzlichen neuen Riese LLC Podcasts mit Todd Kleckner, Neil Thompson und Trevor Troller besprochen, welcher auch auf YouTube verfügbar ist. Die epigenetische Rolle der Bioelektrizität wurde bereits kürzlich studiert, obwohl der exakte Mechanismus, wie das funktionieren könnte, noch unklar bleibt. Zumindest liefert uns der Artikel, den wir gerade diskutieren, eine Möglichkeit dafür. Es ist das Wasser selbst, das durch diese elektrischen Signale beeinflusst wird. Ich war auch fasziniert von dem Einfluss der Ladung des Wassers auf die Hydration der Polymere, die im Artikel berichtet werden. Könnte es möglich sein, Ernteeinträge zu erhöhen, zum Beispiel einfach durch Nutzung von geladenem Wasser? Oder wenn wir annehmen, dass es der Potenzialunterschied ist, auf den es ankommt, dann könnten wir unser normales Water weiter benutzen, aber ein kleines negatives Potenzial an der Pflanze selbst einrichten, was zu schnellerem Wachstum führen würde. Das ist ein sehr faszinierendes Gebiet für neue Forschungen. So beschreibt der Autor unter anderem Entdeckungen bezüglich der Gefriertemperatur von Wasser und ich wurde neugierig, was ist dann mit der Siedetemperatur? So wie ich es verstand, sollte die Siedetemperatur von der Oberflächenspannung abhängen. Sieden ist im Grunde ein Prozess, bei der die Flüssigkeit nicht länger in der Lage ist, die Dampfblasen zu unterdrücken, die sich im Inneren des Volumens einer Flüssigkeit bilden. Sonst wirkt dem die Spannung der Oberfläche entgegen. Und weil die Veränderung der Oberflächenspannung durch verschiedene elektrische Ladung auch berichtet wird, dann bedeutet das meiner Meinung nach, dass die Siedetemperatur von geladenem Wasser sich auch verändern sollte. So würde ich erwarten, dass die Siedetemperatur von positiv geladenem Wasser höher ist als im Fall von negativ geladenem Wasser, weil der Autor angibt, dass das positiv geladene Wasser eine höhere Oberflächenspannung besitzt. Obwohl man festhalten sollte, dass Oberflächenspannung selbst auch von der Temperatur abhängt und da ich mir nicht sicher bin, ob der Charakter dieser Abhängigkeit für negativ und positiv geladenes Wasser der gleiche sein würde und ob es da bedeutende Unterschiede gibt, könnte das potenziell das Ergebnis verändern, das ich vorschlage. Jetzt gehe ich ein Stück weiter und stelle die Frage, ist das nur eine Eigenschaft von Wasser, über die wir hier sprechen, oder ist das charakteristisch für alle Substanzen? Wasser ist natürlich in vielerlei Hinsicht einzigartig. Aber es wäre viel interessanter zu sehen, ob die Merkmale anderer Substanzen sich ebenfalls mit ihrer Ladung verändern. Wenn Spektren, Oberflächenspannung, Gefrier- und vielleicht Siedepunkte von anderen Substanzen sich ebenfalls mit ihrer Ladung verändern, kann man sich vorstellen, welche Konsequenzen das für Physik und Chemie hätte. Es ist, als würde zu all den bekannten Prozessen eine völlig neue Dimension hinzugefügt, mit ziemlich atemberaubenden Möglichkeiten. Nur ein einleuchtendes Beispiel, wir würden einen völlig neuen Satz Phasendiagramme für Substanzen brauchen, der nicht nur die Parameter Druck, Volumen und Temperatur berücksichtigen würde, sondern auch elektrische Ladung oder elektrisches Potenzial. Wir würden das bereits für Wasser brauchen, wenn der Autor recht hat, aber wenn das auch für andere Substanzen gilt und im Allgemeinen sollte es das, meiner Meinung nach, dann ist das wirklich eine schockierende Enthüllung. Und ja, da dies eine Space-News-Folge ist, lassen Sie uns etwas über den Weltraum sprechen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Modelle, die heute zum Studium anderer Himmelskörper genutzt werden, die mögliche Veränderung von Eigenschaften von Substanzen unter Einfluss ihrer elektrischen Ladung nicht in Betracht ziehen. Das ist einfach außerhalb des Geltungsbereichs grundsätzlich aller Theorien, auf denen sie basieren. Aber wenn der Artikel, über den wir sprechen, Recht hat und sich zumindest die Eigenschaften von Wasser in Abhängigkeit von seiner elektromagnetischen Umgebung ziemlich drastisch ändern, dann entwertet das im Grunde viele der Statements, die Leute über das Verhalten von Wasser auf dem Mars machen oder auf Asteroiden und Kometen oder in den Wolken der Venus oder noch schlimmer im interstellaren Medium oder einer anderen Galaxie. Wir wissen nicht, wie sein Spektrum aussehen sollte, wir wissen nicht, wie hoch seine Oberflächenspannung sein sollte, wir wissen nicht, wann es gefrieren oder sieden würde, wir wissen nicht, wie sich Lösungen verhalten würden und so weiter, einfach weil wir die Eigenschaften seiner elektromagnetischen Umgebung nicht kennen. Deshalb würde die umgekehrte Operation der Bestimmung der Parameter der Umgebung aufgrund der beobachteten Eigenschaften des Wassers ebenfalls inkorrekt sein, wenn erneut der elektromagnetische Faktor nicht in Betracht gezogen wird. Und einmal mehr würde ich gerne erwähnen, dass, wenn das auch andere Substanzen betrifft, die Situation aufgrund unserer Ignoranz um Größenordnungen schlimmer wird. Nur als Beispiel würde ich gerne auf die Arbeiten des bereits erwähnten Dr. Robitaille zurückkommen. Er stellte fest, dass die Sonne keine Kugel gasförmigen Plasmas sein kann, sondern eher eine Kugel aus flüssigem metallischem Wasserstoff ist. Im Lichte dessen, was ich früher sagte, können wir zum Beispiel annehmen, dass die elektrische Ladung von Wasserstoff sein Phasendiagramm derart modifiziert, dass der Übergang zum flüssischen metallischen Zustand favorisiert wird, was hilft, dass Sterne entstehen und sich selbst in einem mehr oder weniger stabilen Zustand erhalten. Nun, es gibt auch eine allgemeine Sorge, die ich habe, bezüglich dieser gesamten Forschung und seiner möglichen Konsequenzen. In seiner Arbeit nutzte der Autor eine Kontrollprobe von Zitat ungeladenem Wasser Zitat Ende das im gleichen Behälter gelagert war und ermaß das Potenzial des Wassers, das bezüglich seiner Kontrollprobe positiv oder negativ geladen war. Und hier ergibt sich ziemlich natürlich eine wichtige Frage. Was sind wahre Ladung und Potenzial dieses Wassers? In der Physik ist die Situation mit dem elektrischen Potenzial ziemlich klar. Es ist eine relative Quantität in dem Sinne, dass es sozusagen keinen absoluten Nullwert beim elektrischen Potenzial gibt. Und das elektrische Potenzial selbst spielt keine Rolle. Worauf es ankommt, ist nur der Unterschied des Potenzial an verschiedenen Punkten. Das ist es, was ein elektrisches Feld erzeugt, das auf geladene Partikel einwirkt. Deshalb kann man im Grunde willkürlich das Potenzial an jedem Punkt gleich Null setzen. So ist, was ich versuche herauszufinden. Was ist es, was wirklich die Veränderung im Verhalten des Wassers in diesen Experimenten bewirkte? Ich meine, dass das ungeladene Wasser, das in ständigem Kontakt mit Objekten steht, die auf der Oberfläche des Planeten sind, ein negatives Potenzial gehabt haben sollte, gerade so wie der Boden selbst es jedenfalls hat, in Bezug auf die oberen Schichten der Atmosphäre. Warum wurde die Veränderung der Eigenschaft nur beobachtet, wenn das Wasser von diesem Potenzial abwich? Im Grunde frage ich hier, ob das ungeladene Wasser wirklich ungeladen war, wenn die Oberfläche der Erde negativ geladen ist. Und wenn es geladen war, dann in Bezug worauf? Wo ist sozusagen der wahre absolute Nullwert für Wasser? Um ehrlich zu sagen, ich habe keine klaren Antworten auf diese Fragen. Noch einmal, die Physik verkündet, dass das elektrische Potenzial eine relative Quantität sei. Doch mir erscheint es fast, als würden diese Experimente dieser Festlegung widersprechen. Leicht ist es in Wirklichkeit der Potenzialunterschied zwischen dem Wasser und den mit ihm in Kontakt befindlichen Objekten, was die beobachteten Ergebnisse verursachte. Meiner Meinung nach scheint das der einfachste Weg zu sein, das zu erklären. Das ist zumindest die beste Erklärung, die ich zurzeit habe. Die Oberflächenspannung von Wasser zum Beispiel verändert sich während der Wechselwirkung mit dem Glas der Petrischale oder der Luft im Raum bei unterschiedlichem elektrischen Potenzial. Oder die Gefriertemperatur von Wasser verändert sich während der Wechselwirkung mit der Oberfläche bei unterschiedlichem elektrischen Potenzial. Dasselbe passiert mit Lösungen und Polymeren. Es gab auch einen Potenzialunterschied zwischen ihnen und dem geladenen Wasser, mit dem sie wechselt wirkten. Der schwierigste Teil ist hier wahrscheinlich die Veränderung der UV-Absorptionsspektren zu erklären. Es scheint, als würde das ganze Wasservolumen tatsächlich irgendwie strukturell umgeformt, vielleicht wegen der Wechselwirkung des geladenen Wassers mit dem Behälter, der ein anderes elektrisches Potenzial hatte. So könnte es meiner Meinung nach der Fall sein, dass nicht die Ladung selbst, sondern die Ladung relativ zur unmittelbaren Umgebung das ist, was diese Änderung verursacht. Kehren wir nun zurück zum größeren Gesamtbild. Ich glaube, es ist eine der übergreifenden Hauptideen in dieser Gemeinschaft, dass der Weltraum nicht elektrisch neutral ist und ohne das passende Verständnis und die Berücksichtigung der elektromagnetischen Effekte im Weltraum stehen wir im Dunkeln. Hier ist ein kleines Wortspiel beabsichtigt, da Licht selbst ein elektromagnetisches Phänomen ist. Christian Birkeland stellte vor mehr als einem Jahrhundert ausdrücklich fest, dass der Weltraum mit elektrischen Strömen, geladenen Teilchen und Magnetismus gefüllt sein könnte. Nur ein halbes Jahrhundert später wurde es für jedermann klar, dass er recht hatte, doch es wird immer noch nicht als ein Hauptfaktor beim Verhalten der Himmelsobjekte berücksichtigt und manchmal gänzlich ignoriert. Aber der Artikel, über den wir sprachen, zeigt hier eine interessante Wendung, wo die gleiche elektrische Neutralität, wenn man sie irrtümlich für gleiche Körper auf der Erde annimmt, zu falschen Schlussfolgerungen führen könnte und die wichtigsten Veränderungen übersehen könnte, die Potentialunterschiede normalen Substanzen aufprägen, die sich direkt unter unserer Nase befinden und sogar das meiste unserer eigenen Körper ausmachen. Es ist wirklich gut und inspirierend, dass wir dieses Verhalten hier auf unserer Erde in viel größerem Detail untersuchen können, was uns hoffentlich zu einer entsprechenden Akzeptanz derselben Prozesse im Weltraum führen wird. Sogar hier auf der Erde, wo wir den angeblich elektrisch neutralen Boden haben, könnten die Dinge unerwartete Wege gehen, wenn der Potentialunterschied eingefügt wird. Doch im Weltraum ist alles viel schlimmer. Nun komme ich auf das zurück, was ich früher über die Relativität des elektrischen Potentials sagte. Ich möchte gern ein Motto wiederholen, dass ich der Electric Universe Community vor nunmehr einer Reihe von Jahren vorgeschlagen habe. Es bedeutet, dass es im allgemeinsten Fall immer Potentialunterschiede zwischen den verschiedenen Körpern geben wird und wir sie nicht einfach ignorieren können und sie bedeutsam sein müssen und das Verhalten der Körper in starkem Umfang beeinflusst. Und um diese Diskussion abzuschließen, würde ich gern die Worte eines anderen häufigen EU-Mitwirkenden Michael Claridge erwähnen, der mir in Erwiderung auf meinen Motto sagte, dass dies eine logische Fortsetzung von Copernicus Argumentationskette ist. Wir sind daran gewöhnt zu glauben, dass die Erde das Zentrum des Universums ist, um das sich alles dreht. Das heliozentrische Modell zeigte, dass dies nicht der Fall ist und spätere Entwicklungen haben gezeigt, dass sogar die Sonne nicht das Zentrum ist, sondern nur ein gewöhnlicher Stern wie Billionen von Milliarden anderer und das Universum wahrscheinlich nicht einmal ein Zentrum hat, um das sich alles dreht. Doch das ist ein kompanikanisches Prinzip in Schwerkraft begriffen und Michael bemerkte, dass das gleiche mit elektromagnetischen Begriffen getan werden sollte. Wir sollten also die sozusagen geozentrische Idee aufgeben, dass wir irgendwo einen Nullpotentialboden haben. Es gibt im Universum kein absolutes Nullpotential, mit dem alles verbunden ist und dadurch elektrisch neutral wird. Jeder Körper hat eher sein eigenes Potential, welches sich generell von dem anderer Körper unterscheidet und folglich zünden im Universum ständig elektrische Aktivitäten. Und ich bin froh, dass wir hier sind, um das zu würdigen. Es gibt auch ein besonderes es mit dem es 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 zu es wie es ist, es ist, es es Untertitelung des ZDF, 2020